Sie sehen hier die Schemazeichnung eines vierstöckigen Gebäudes. Um die Gesamtgeschossfläche eines solchen Gebäudes zu berechnen, ist die Summe der Einzelgeschossflächen zu bilden. In unserem Beispiel addieren sich die vier Flächen der Einzelgeschosse zu einer Gesamtgeschossfläche von 2400 Quadratmetern. Unter der Fläche eines Geschosses wird in diesem Zusammenhang nicht die zur Verfügung stehende Fläche, sondern die überbaute Fläche verstanden. Bei der Bestimmung der Einzelgeschossfläche sind also die äußeren Abmessungen des Geschosses zu verwenden. Betrachten wir in diesem Zusammenhang den Grundriss eines Geschosses etwas genauer. Die Einzelgeschossfläche unterteilt sich in Konstruktionsfläche und Bruttofläche. Als Konstruktionsflächen gelten alle Flächenanteile, die durch statische Elemente belegt sind. Darunter sind alle Elemente zu verstehen, die nicht entfernt werden können, ohne die Stabilität oder die Funktionalität des Gebäudes wesentlich zu beeinträchtigen. Das trifft beispielsweise auf tragende Mauern und Pfeiler zu. Der Anteil an der Einzelgeschossfläche, der abzüglich der Konstruktionsfläche als maximal nutzbarer Flächenanteil zur Verfügung steht, wird als Bruttofläche bezeichnet.